Es geht weiter mit der Häkelsocke. Wir hatten jetzt hinten das Käppchen beendet, werden jetzt bis zur Mitte zurück häkeln mit festen Kettmaschen. Und zwar 1, 2, 3, 4 Kettmaschen, machen 2 Luftmaschen und füllen die eine Seite mit 1, 2, 3, 4 halben Stäbchen. Dann werden wir an der Seite, machen wir wieder einen Umschlag, werden wir die Seite wieder verbinden, gehen, stechen einmal ein, holen den Faden hoch und ziehen den durch die 2 Maschen durch. Nochmal, ein Umschlag, Faden ziehen und durch beide Maschen durch. Dann geht es weiter mit den halben Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wir lassen nochmal 2 an den Seiten übrig und machen dasselbe wie vorhin. Ein Umschlag, durch die Maschen, durch beide Maschen durchziehen, ein Umschlag, durch die Maschen durchziehen und weiter geht's mit halbem Stäbchen. 1, 2, 3, 4, und mit einer Kettmasche verbinden wir das Ende. Nun sehen wir die Öffnung hier. Und so werden wir dann 1, 2, 3 Reihen noch weiter häkeln und machen dann hier das Oberteil. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen, 1, 2, drehen einmal um und häkeln 3 Reihen, normale halbe Stäbchen. Und dann haben wir die Öffnung hier ein Ihren. δ Stay mit der Öffnung. Wir werden die Öffnung noch weiter häkeln und machen wir auch wieder ins Menken ein bisschen mit einer Kettmasche einta sustentabilität. Bis zum Ende der Reihe durch häkeln mit den Stäbchen und mit einer Kettmasche und mit einer Kettmasche verbinden. Im Schaft kann man beliebig lang machen. Hier haben wir jetzt noch ein paar Reihen zu häkeln. Wie bei diesem hier dann haben wir noch drei Reihen zu häkeln. Jetzt werde ich aber vorher noch mal zeigen, wie man hier das Ende macht. Ich werde jetzt nicht die drei Reihen häkeln, sondern schon zeigen, wie der Schluss funktioniert. Wir machen wieder zwei Kettmaschen und füllen einfach in jede Öffnung, also in jede Stäbchen zwei Stäbchen hinein. Mit jedem Loch zwei Stäbchen. Zwei Stäbchen. Einfach die ganze Reihe durch und es entsteht dann diese Felbung. Und dann ist auch die Socke soweit fertig gehäkelt. Es lässt sich die Socke und klassisch und die Socke mit einem. Und das ist unser Ziel. Und dann können wir das Ziel. Und dann noch einmal richtig Kettmasche. Und danach kann ich ja so